Hallo und herzlich willkommen ihr lieben Hühnchen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft 60 Duelle, wieder mit dem Peanut LP und wir sind geile Hühner mit ohne Helm, mit ohne Helm, nein, so und dann geht es hier weiter zu den Duellen 21 bis 40 Hier lang? Ja Werft alles was ihr habt runter, auch die, ich werfe einfach mal die Dierrüstung runter Hast du auch? Ja Jetzt gibt es hier wahrscheinlich keine Dierrüstung mehr Ah doch, gibt es, aha Hallo So Mein Internet ist gerade wieder weg Oh nein Oh nein Hoffentlich kommt es wieder Ja, es ist wieder gekommen Das Essen lasse ich einfach treffen, weil ich es eh nicht brauche Ah, du musst mal auf dein, äh, Dinges drücken Auf deinen Button Nacht Time's at night Es ist Nacht Hä? Geh mal näher ans Bad ran Oh Ja Das sollte man dann schon machen Äh, wo ist der Schalter? Sechs jemanden Ah, Sand darf abgebaut werden Warte Sand Warte Oh Gott Hä? Hä? Ich kann die Truhe nicht Oh Gott, ich bin so dumm Hast du was schon? Äh, schon was? Ja Was? Ähm, Dings Was? Hä? Hä? Ich hab nur ein Kompel, kein Holz Ich auch nicht Hä? Versteh ich nicht Ich auch nicht Das geht nicht Die haben den, äh, Holz Den Stick vergessen Echt? Guck doch mal in alle Kisten rein Ja, ich schau schon Hä? Hä? Wie hast du nen Stick Wo hast du nen Stick her? Haha Juhu Ich zeig's dir Ich komm rüber zu dir Du hast nicht genug Äh, genau genug gesucht Da Ja Da hatte ich Glück Da hatte ich echt Glück Ja So Geil Ich komm mal alles wegwerfen Das ist doch schon mal geil Ja Ne? Ah ja, stimmt Alles wegwerfen Spaß mit Tieren, Junge, Alter Wie sich das anhört Darf man Tiere töten? Nein Weiß ich nicht Ich weiß nicht, was man machen muss Hä? Oh Gott Füttern verboten Hä? Was soll man machen? Ich glaub ich weiß es Ja, 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 ja Da stand's Okay, und auf der anderen Seite Das versteht Ah Okay Hello Schwein Aber es war auch nur geraten Von mir, was ich machen Was? 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 Keine Ahnung Was muss man hier machen? Weiß ich nicht Oh, du bist so ein Sack Du weißt es genau Hä? Nein, ich weiß es eben nicht Ha, der hat schon die Diamanten Die hast du neckt Habe ich nicht Habe ich nicht Was? Was muss man hier machen? Was muss man hier machen? Ich weiß es nicht Einfach über alle Druckplatten drüber laufen Findet die richtigen Druckplatten Vorne sind drei Lichter Wahrscheinlich müssen die angehen oder so Ach nee Hast du schon eine gefunden? Nö Ich habe auch noch keine einzige gefunden Alter Was ist der Sinn hiervon? Hä? Ich bin jetzt Mindestens über jede Einmal gelaufen Ah, du hast eine Ich habe auch eine Ey, Leute Alter Da macht man sich dumm, Alter Und? Wie viele hast du? Eine Immer noch Du hast schon zwei, oder? Nein Ich hätte gerne zwei Das ist wie TNT Run Halt ohne TNT Kenn ich nicht Doch, ich habe zwei Du hast zwei Drei Nein, die Tür von mir ist offen Echt? Ja Oh, scheiße Hä? Lol, da müssen alle drei Türen offen sein Zwei Türen sind offen Noch eine Ach so Hast du es? Ja Okay Mach mir auf Ich bin so dumm dafür Mann Ganz ehrlich Wie soll man das auf der Welt hängen, Junge? Was ist denn eine Scheiße? Warte, ich ziehe meinen Dia-Helm wieder aus Das ist aber cooler Ja, ja Da habe ich verkackt Oh Was muss er machen? Ich weiß nicht Hä? Oh, ich habe Äpfel Ich habe Hä? Hä? Och, ne Hä? Ich verstehe es nicht Verstehst du es? Hab alle Diaz Oh, verdammt Ich habe es auch dann verstanden Alter Die Musik Scheiße Mann ey So eine Wichse Komm, weiter geht's Warte mal Die Musik Ah ja, mach sie aus Alter Scheiße Da habe ich zu lange gebraucht für Da habe ich zu lange gebraucht für Dabei war es eigentlich klar Es ist ja Es ist ja so vom Map-Besteller ey Wichser Ich habe deine auch ausgemacht Warte Ey, soll man die Das Essen behalten? Ist ja egal Du musst ja sowieso nicht was Hä? Und worum geht's jetzt hier? Keine Ahnung Äh, bei mir leckt's Okay 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 Robert Du hast sie wahrscheinlich schon, ne? Nein Ich bin runtergefallen Ich war gar nicht so So wenig nach dir Ich weiß Ah Hab keinen Bock mehr Was? Töte alle Kühe Fünf Diamanten Warte Äh, Time's at night Ich will schlafen Oh Aufstehen Oh Farbloses Schwert steht bei mir Was? Hast du Dings? Das ist eine Texte-Factor Die von Farblos teilt Ja, genau Hä? Ja, das hatte ich mal Also Oh, jetzt Jetzt dauert's so lange Bis das umgestellt hat Boah, der braucht Bei mir braucht das immer so lange Bei mir auch Keine Ahnung Scheiß Und jetzt müssen das die Zuschauer sehen Sorry Leute Ja Sorry Und außerdem bei so Adventure Maps Die kann man irgendwie nix falsch machen Eisenschwert Jawohl Jetzt geht's auch wieder Jetzt steht auch wieder alles normal da Das ist gut Was muss man hier machen? Alle Kühe-Töten Das verstehe ich nicht Damit nix mal auf der Druckplatte steht Nein Ich bin an meine Ender-Chess gegangen Ich dummes Kind Yeah Aber ich hab auch nur drei abgekriegt Von dem her Das Gefängnis Warte mal Ich werfe meinen Müll jetzt weg Das ich nie brauche Das Gefängnis Okay Mal schauen, was man hier machen muss Warte kurz Oh, scheiße Warte noch Ich bin im Game-Mode Aber es ging ja trotzdem nicht schneller Mit in die München zu können Zelle 1 Auf 2 Okay Hä? Verstehst du's? Nee, nicht wirklich Warte mal Ich hab ne Idee Lol Okay Das war jetzt aber auch mega Zufall Dass ich das entdeckt habe Warte Nicht im Ernst Warte Wenn das jetzt da Hä? Ich denke mir jetzt gerade so irgendwie Irgendwo ins Wasser Aber irgendwie auch nicht Nee Nicht ins Wasser Ähm Irgendwo auf dem Bücherregal Ist eine Druckplatte Nein, oder? Doch Das ist echt krass Krass Dass ich ähm Ich hab Das ähm Ich hab's aber irgendwie Also ich weiß nicht wie Aber Ich stand halt so da Weißt du Und dann bin ich so in der Zelle Und bin so auf die eine Äh, Dinges gesprungen Ah, Sand und Wolle Doch abgeholt werden Warte mal Sieben Diamanten Okay Und stand dann so drauf Und dann schau ich so Und dann Hä? Lol Und dann war da eine Druckplatte drauf Oh Gott Ich hab Ich hab schon verkackt Oh nein Oh Gott Es leckt bei mir Bist du auch im Wasser? Mhm Äh Lol Scheiß Ich hab verloren Scheiß Ich hab das Wasser immer so gemacht, dass das die Dings weg macht Hm, die Spinnenweben Ah, okay Bist du durch? Ja Oh Mann Ach Leck mich doch Wenn man in Ender Games so viele Diamanten finden würde Hehehe Hehehe Gut Weiter geht's Warte 30 Hä? Was muss ich hier machen? Stopp Stopp Hä? Oh Gott Verstehst du es? Nee Warte mal Ja Ich geb den Tipp Okay, nein, doch Kein Haha Ich geb den Tipp Oh Halt Technik Technik Ich bin von der Kiste ausgesprungen Oh, oh Jetzt wird's haarig Was ist das? Ich weiß es nicht Okay Oh Gott Ach nein Achso, warte Was macht das? Aha Aha Okay Ist das hier irgendwas? Hä? Hä? Ah Aha Okay Gut Hä? Verstehst du es? Ja, so halb Ja, ich verstehe es auch so halb Aber Ah, okay Ich hab was entdeckt Mal schauen, ob er das auch versteht Mal schauen, ob er das entdeckt Alter, krass Krasse Sache Nein Ah Nein Habe ich dir jetzt gezeigt? Nein Ich bin von alleine Ach komm Du hässliches Mann Hä? Scheiße Wie komm ich jetzt hier da durch? Hä? Wie macht man das Grüne? Frag ich dir nicht Oh bitte Du hast es auch durch mich gesehen Nein Weißt du, wie man das Grüne macht? Nee Alter Wie? Keine Ahnung Hallo Du weißt es auch nicht Nee Oh scheiße Boah, ich muss doch aufs Klau Aber ich will das jetzt schaffen Ey, yo Weißt du, wie man das Grüne macht? Nee, irgendwie nicht Nein Nein Ich weiß doch nicht Nein Das leckt Oh Ja, läuft bei mir Ich hab's geschafft So Nice Alter Krass Krasse Sache Da, äh Hätte ich den Schalter da oben nicht entdeckt Es ist offen für dich Du kannst Ja, ja Ich hab es gemerkt Ich hätte es fast, aber dann Hätte ich diesen Schalter da oben nicht gesehen Diesen gelben Ja, den hab ich schon gesehen Aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll Damit hast du es gelbe geöffnet Hast du verstanden, wie man das Grüne öffnet? Ja, ja Aber dieses Eine Rote da nicht Echt? Das hast du nicht verstanden? Das zweite Rote habe ich nicht gehabt Naja, egal Okay Oh Haha Hä? Hä? Hier steht einfach mal Hä? Hä? Wie soll man dieses Leiter-Teil schaffen? Hä? Kriegst du das mit der Leiter dahin? Nee Aua, es leckt Aua, es leckt Braucht man irgendwie noch eine Kiste vorher? Ich weiß es nicht Ich trau der Map alles zu Hä? Geht es überhaupt? Nein, bau die obere Leiter von diesem, äh Nein, du darfst nix abbauen Okay Man darf nix abbauen Hä? Warte mal Hä? Du hast es? Ja, das ist ja fies, Junge Alter Mit Optifine ist es noch assi Noch am Es ist richtig assi Ich hab's auch Ja, ich weiß, aber Guck dir das doch an Da ist einfach eine Leiter an dem Glas, ne? Ja Ja, aber lol Jetzt komme ich hier nicht weiter Oh, lol Da sind einfach keine Dias in der Küste Nicht? Warte mal kurz Kommst du mal kurz zu mir, bitte? Oh, doch Da waren Dias Junge, das ist Das ist verwirrend Ja, an der Küste waren Dias Times at night Mann So Ja, was? Bibliothek Bibliothek Erstmal Schwert verzaubern Oh, ich hab auch ein Level Davon geht zwar Zeit drauf Ne, ich lass es mal Ich hab's verzaubert Ist das ein Labyrinth Oder was ist das hier? Keine Ahnung Frag mich Hä? Das hätte man her Nennen sollen Ne Ja Ich hasse Bibliotheken Ich hasse Generell irgendwie Was mit Labyrinth zu tun hat Hm Weil ich's einfach nicht kann Mit Optifine verwirrt das Glas total Ja, richtig Hä? Was soll man hier jetzt machen? Wie bist du da hochgekommen? Ich weiß es nicht Aber ich hab ne Idee Ja Doch, ich bin auch oben Man sollte da hoch Anders hätte man gar nicht ran Äh Hätte man jetzt gar nicht schaffen können Ne, ne, ging sonst nicht Boote nehmen, ne? Boah, bei mir lagts zum Teil Das ist nervig Ja Das macht das ganze Battle kaputt Hä? Du musst dann abnehmen Ein Boot und das andere Lol, ich bin zu dumm Oh lol, ich glaub mein Internet ist weg Ja, es war weg Warte So Hast du's schon geschafft? Hast du's jetzt geschafft? Nein Wo bist du? Alter, es leckt Hallo Hallo Nein Nein, dadurch, dass ich ins Wasser gefallen bin Ja, Mann Ja Oh, ne, Panikroom Boah, nein Nee, Alter Darum hab ich jetzt gar keinen Lust, Panikroom, Alter Oh Kennste das? Nö Aber es hört sich scheiße an Panikhaft an Ja So Ja Ah, warte Das muss ich auch noch schnell wegmachen So, los geht's Ach, nee Nee, ne Was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott Das ist voll Brainfuck Und da gibt's auch noch Druckplatten? Mon, nee Alter, das macht mich kaputt Das macht mich kaputt Mein Internet ist weg, oder? Deins? Ja, mein Internet ist weg Hä? Okay Für mich ist das Zu hoch Okay Ich weiß, wo lang Ja, ich bin durch Junge Diese Türen wagen voll Too easy Hier bin ich Nein, da gibt's Druckplatten noch Hier Hier Ja Warte mal Da gibt's halt auch noch Druckplatten, weißt du Ja, ja, ich weiß Boah, nee Das fuckt ab Ja, das fuckt echt ab Timing Boah, nein Ich hasse Timing Timing kann ich nicht Okay, los geht's Die sah auf, damit siehst du mich ab Oh, nein Hä? Ach, nee Ich bin runtergesprungen Oh Gott, das kann ich nicht Oh Gott, das kann ich nicht Oh Gott Oh Gott Was? Schaffst du es jetzt wahrscheinlich Ja, aber es leckt Es leckt Hä? Ich bin auch immer auf dem Grün, aber werde trotzdem runtergeschubst Was ist das denn? Ist offen Ganz kaum Ich gehe jetzt einmal aufs Grün und werde runtergeschubst Oh mein Gott Okay, Bilderrätsel Keine Bilder zerstören Okay Oh Junge Oh, ich hab das erst Oh Okay Ich hab's auch verstanden Hast du es zu heute schon? Ja Ich nicht Alter, es leckt einfach das Todes gerade bei mir Und zwar die ganze Zeit schon Du hast es Bist schon durch, ne? Ah, du Spasti Ja Verdient Lauf Ich hab keinen Bock mehr Warum nicht? Nein, nein Ich hab natürlich schon noch Bock Ich will nur noch hier Ich hab keinen Bock mehr hier drin zu sein Ach so, ja Hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden, aber Man muss halt durch die Bilder finden Ja, ja, aber ich hab's irgendwie nicht verstanden Irgendwo hingekriegt Egal So Ähm, was steht da? Was? Stolperdrähte Drücke um die Tür zu Oh, nee Ich hab's schon, ne? Bist schon durch? Ja Okay, mach auf Hier leckt es einfach für mich Also mein PC ist dafür entweder zu schlecht oder Ne, ich glaub, weil ich Mein PC ist einfach richtig heiß Was? Alles mitnehmen, okay Mein PC ist einfach richtig heiß Oh Gott Oh Gott Oh Gott Diese Ja Diese Sache Ähm Diese Sache hier Hab ich tatsächlich bei Gomme gesehen, ja Fick dich Ähm Das ist nix, was ich Was mir einen Vorteil verschafft Weil's Zielschießen ist Ja Und zwar richtig Das Ende ist so schlimm Ja, lass das Okay Wie viel Leben hast du? Fünf Lass mich Okay, reicht Ja, du hattest auch fünf Färzen Okay Warte, du kriegst deine zwei Pfeile zurück Muss ja alles fair sein hier Und hier verschwinden die Pfeile wieder Loll, da haben wir es einfach gleichzeitig geschafft Was, da oben gibt's auch noch? Hä, wo noch? Da Hä? Schieß nach oben Am Arsch Ist das letzte, ne? Das ist so behindert Das kann man nicht richtig schaffen Das ist nur Das erste hab ich Ich auch Das zweite auch Lol Dafür bin ich zu dumm Ja Das darf nicht wahr sein Ernsthaft? Okay Mach auf Alter, wie viele Dias Scheiße Sand darf abgebaut werden 40 Suche die 40 Diamanten What the fuck? Warte, die Dämonen Pfeil und Bogen Und tu ich mal da rein Ich behalte es So Oh, wird sowieso weggenommen Verdammt, hast du schon irgendwelche Diamanten? Ja Ich hab noch nix Ah, du hast keine OP-Rechte, ne? Ne, ist egal Alter Alter, hier Es sind doch niemals 30 Stück drinne Äh, 40 Ey, guck mal Guck mal Hä? Ja, ich weiß Du konntest zu mir rüber Ja, nein Aber guck mal Wie schnell ich abbaue Ja, ich auch Jetzt hab ich's auch gefunden Verdammt Oh, du hast sie einfach vor meinen Augen gelootet, oder was? Wahrscheinlich Oh, du bist viel besser Jetzt Hä? Wie kannst du denn die schon gelootet haben? Äh, manche In manchen ist nix drinne Achso Loll, bei manchen Blöcken und so bagge ich Bisschen Das waren alle Nein, glaub ich nicht Echt? Ja, hier unten ist nichts mehr Okay, warte, lass mal Lass mal zu Ende schauen Ja, dann Dann wirst du allein schon wegen diesem Level hier gewonnen haben Das war auch schon das letzte Level übrigens Wirklich? Ah, hier war noch ein Diamant drinnen Wie viel hast du? 13 Ich hab so einen sonst Ja, siehste Warte mal Wie viele hast du? Äh, also insgesamt Ja Nein, nein, nein Wie viele hattest du jetzt hier gefunden? 22? Ja Okay, dann sind alle da Gut Okay Dann nimmt wieder jeder das Seins raus Hm Okay Ähm Komm zurück zu dem Raum Bin da Warte, ich tu mal Die von Vorherigen Dahin werfen, ne? Nimm die aber nix, ne? Fair In deinem Fair-Spiel Ich, äh, äh, da liegen die restlichen Von eben Hä, was hast du mit denen gemacht? Was? Die waren noch in der Kiste Die hab ich rausgebossen Ich weiß, wie viele ich hatte Also, ich werf sie schnell weg Die Zuschauer haben sie auch bei mir gesehen Ja Äh, ah ja, so Ich tu meine wieder rechts rein So, das waren meine Der Mann Scheiße Ernsthaft jetzt? Das darf nicht wahr sein Haha Ich sag ja, ich sag ja Das war das letzte Level Da du 22 hattest Haha Scheiß die Wand an Ja Dann würde ich sagen Auch das ging an Peanut Das schmerzt mich natürlich jetzt übelst Ja Aber Muss ich schon sagen Äh, Peanut hat das gut gemacht Und deswegen wird er jetzt sterben Ich Ich kämpfe gerade im R5-Modus Lass mich Cool, du bestätzt mich Komm her Du musst sterben Komm, hau mich Bei mir leckt's Okay, jetzt nicht mehr Und jetzt ist er tot Jawoll So Nein Nein, ich bin einfach bei dem Äh, hä Gespawned Echt? Teleportier mich mal Warte mal Okay Äh Teleportier mich bitte Hallo Jo Bist du schon wieder beim Hä Ja Lol Ja, okay Bist du da? Nein Alter Alter ist hier viel mit Redstone Hallo Ja Warum wirst du nicht teleportiert? Mein Internet ist gerade Glaube ich wieder weg Aber hier ist richtig Ich wollte schon Es war wiedergeworfen Egal Okay Da ist richtig viel mit Redstone Ja, ja Natürlich ist da viel mit Redstone Oh man Die Map macht mir Richtig Bock Ja, gibt's da noch Irgendeinen Teil? Ja, ja Es gibt ja noch einen Teil Geil, den will ich Wir sind ja noch nicht durch Wir sind noch nicht durch Mit der Karte Yeah Yeah Komm wieder her Ja, warte Mein Internet ist gerade kacke Und dann verabschiede ich mich einfach schon mal von den Zuschauern Ich muss jetzt Ich versuche jetzt einfach, dass die Lex Warte Teleportier mich bitte wieder Dann kann ich auch Tschüss sagen Okay Danke So So, dann sind wir hier mal nackt Tschüss Zuschauer Von deinem Ich habe hier über 5 Modus geschlagen So, dann würde ich jetzt einfach sagen Ähm Wenn's euch gefallen hat Dann lasst eine Bewertung da oder so Ähm Jo Bis zum nächsten Mal Haut rein Leute Und Einmal muss er noch dran glauben Dann sag ich Tschau Alter, es leckt Ja Und Tschau Tschüss